herzlich willkommen leute zu einer weiteren runde track and quest bilders 2 hier mit mir und dem hund und meinen drei drakus den stapelbahn wo ihr die bekommt habe ich euch in der letzten folge gezeigt und heute sehen wir uns mal um was sich hier neues getan hat in unserer kleinen stadt ich glaube die felder mit der vogelscheuche sind auch beim alten hier die wasserversorgung auch was neu sein sollte ist dass ich hier versucht habe kläglich ein feld anzubauen vorn und hinten fokusscheuche hier da die leute beinahe das feld nicht anbauen dann wollten sie hier nicht anbauen dann wollten sie da nicht rein hat die fokusscheuche da nicht funktioniert egal was ich gemacht habe es war einfach überhaupt nichts und jetzt habe ich mich einfach kurzfristig dazu entschlossen das hier noch geheim das hier rein zu legen und dann habe ich das hier einfach angelegt die vogelscheuche drauf und habe dann die zuckerrohr pflanzies die teile hier zuckerrohr setzlinge die truhe oben rein und meine dorfbewohner können ab stufe 3 das selber pflanzen dann sind die dahin gegangen und jetzt pflanzen die die auch selber und schön in reihe und glied zack 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 hat er das hier gepflanzt und jetzt brauchen wir noch 90 oder besser gesagt 89 89 weitere felder um die quest hier abzuschließen dann haben wir gebaut hier ein badehaus nach bauplan das kann man auch benutzen und sie rein stellen badehose haben wir auch an das ist eine bessere rüstung anscheinend als die die wir davor an hatten drum habe ich jetzt einfach angezogen mal rot kannst du nicht anziehen das habe ich schon probiert was gibt es noch neues die leute die essen hier gemütlich dann in die kommentare wurde diskutiert wegen dem zuckerrohr fällt aber das haben wir jetzt sehr hoffentlich geklärt da hinten hat bei mir irgendwie nicht funktioniert es gibt leute da funktioniert es bei mir hat es irgendwie gar nicht hingehauen hier in die truhe tue ich dann immer das essen rein was die sicherheit dann zubereiten können gerade eben nix da könnte man mal die sieben stück rein tun dann können sie wieder morgen früh früh frühstücken sind alle glücklich droppen an herzen das passt so dann noch neu dazu gekommen habe ich immer noch ein stockwerk gebaut warum habe ich hier noch mal stockwerk gebaut einfach nochmal um schlafplätze zu kriegen ich habe jedes mal wenn ich ins bett will sind alle betten belegt und deswegen habe ich mich dann hier entschlossen noch mal ein stockwerk drauf zu bauen aber ich habe jetzt auch was neues und zwar kann ich leitern bauen und da werde ich dann mit leitern mal versuchen hoch zu gehen und ganz neu die toilette restroom tiny toilet in einem winzigen raum mit einem krug und ein handtuch halter das war's mehr brauchst du dazu nett und die leute können ganz bequem auf stille örtchen gehen also das heißt wir können jetzt hier duschen essen auf stille örtchen gehen alles was das herz begehrt so da kann man ein bisschen was ernten aber nur ein bisschen was nicht so viel freunde weil man kann glaube ich bloß bis zu acht mal ein feld abernten habe ich jetzt mitbekommen und es wird schon langsam dunkel das verstehe ich jetzt den raum na da haben wir noch mal auf die glocke um alle herzen einzusammeln und dann legen wir da mal was rein weil die machen das nämlich auch so ich gibt es denen also so ist jetzt momentan der plan so immer zehn stück und die tue ich dann da rein und dafür klaue ich mir das dann wenn die das hier aufs brennfeuer legen das brennende feuer klaue ich mir das hier zusammen und ist dann bisher dann brauche ich nichts hier warten und kochen sondern dann kann ich einfach mal leute was ist los ihr wollt jetzt ernsthaft alle nacheinander hier baden gehen am abend und es wird schon dunkel und jetzt hat geben wir schlaf mal runter und dann machen wir eine coole quest zeige ich euch mal und zwar lege ich mich jetzt mal hin ich weiß nicht ob das jetzt schon jetzt nacht zählt wann zehnt denn das jetzt nacht jetzt ist nacht oder so jetzt gehen die leute alle ins bett oh ja so schlafenszeit ich habe jetzt bloß keine lust dass der sich einfach hinlegt und wir warten am nächsten morgen auf aber das sollte jetzt passen so und zwar hat der gute wilfried wühlfried natürlich gefragt warte mal ich weiß nicht man kann glaube ich die quest so nicht anzeigen lassen da hinten ist ja der gute kerl kannst du mir ein bisschen wurmfutter herstellen genau und für das wurmfutter benötigen wir ich zeige es euch mal hier im menü neu dazu gekommen nachterde was einst essen war ist jetzt im töpfchen verteilt nachterde bezeichnet sich auch als der stuhlgang und wenn ich hierher gehen auf die toilette und dann kann ich hier auf einsamen drücken dann kriege ich hier praktisch ja den code der anderen leute die toilette ist wieder sauber und ich bin auch glücklich also so ist das system hier was wir noch brauchen sind grassamen können uns das mal kurz her anschauen zum herstellen gehe ich hierbei bauen und habe hier wurmfutter ein saftiger klebriger klumpen lieblingsfutter eines wurms brauche ich dann noch grassamen und nachterde so wo bekommt man grassamen her gute frage ist mir am anfang auch nicht gleich wieder eingefallen halt falsche taste aber ich zeig's euch kommt mit mir mit und wir springen hierher glaube ich denke ich hoffe es dass wir hier richtig sind und hier schauen wir uns nach einem sumpf um oh nein wie peinlich da habe ich mal was herausgelassen sieht man das dass im wasser so komisch die kristalle sind so 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 wir brauchen praktisch zeig's euch wenn ich sie seh dann den ranken also wer bis jetzt noch gar nicht gefunden hat krass da war ja noch gar nicht da wollte ich jetzt noch gar nicht hin weil hier gibt es dann schon ein rätsel das muss ich auch mal noch lösen wenn ihr wissen wollt wie das rätsel geht dann sagt mir bescheid dann löse ich das hier zusammen mit euch da bin ich doch richtig hier war auch ein rätsel ich glaube ich auch ohne video gelöst musste man einfach den stein hier oben in der mitte weg machen dann ist dann hier platzieren damit das wasser schön von hier nach da und darunter läuft und schon was fertig so wo sind denn jetzt meine meine gegner die ich haben will toll ich würde jetzt diese diese schlammfäuste haben ah da hinten sind sie okay das ist ein monster krabbi oder was ist das das scheint etwas stärker zu sein oder auch nicht da ist ja richtig was los hier und wir haben sogar noch eine stufe erreicht mitten im kampf natürlich versteht sich von alleine wird erst einmal der kampf unterbrochen ganz klar malrot wird stärker und dargereicht stufe 7 seine maximale rlp erhöhen sich seine atemlaste wird ein bisschen länger cool das bedeutet wir haben länger ausdauer ok es geht weiter doch wow 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 muss mich erstmal wieder heilen leute weg mit ihr aber wenn ich eigentlich besiegen wollte zack die sind auch geil die kriegt mal das zuckerrohr ja die machen 15 heilung und zwar bis 5% aber wenn du geschwächt bist es ist natürlich genau das richtige was du brauchst und hier bekommen wir die grassamen von diesen händen das gesehen der schon an grassamen getroppt denke ich weiß gar nicht wie viele von diesen gras bällen wir brauchen wir können jetzt sowieso nachterde brauchen wir jetzt zwei und grassamen haben wir fünf das tauschen wir jetzt mal gegen die da wir können ja noch mal gucken ob wir noch mal jemanden finden schauen wir mal ob wir noch ein paar hände finden sollten ja eigentlich noch mal welche auftauchen oder oder sind die so schwer zu finden die wirklich so schwer zu finden ich habe die bis jetzt auch bis dahinten gesehen hey ich dachte du hast mehr ausdauer jetzt hat irgendwie so das gefühl ich bin viel schwächer geworden ach wisst ihr auch warum seht ihr meine waffe warum hat mich diese sauschlechte waffe eigentlich was war denn die letzte war für dich haben konnte die allerbeste der allerbesten waffen die ich zurzeit besitze ich weiß es nicht aber jetzt weiß ich auch warum ich so lange für die gegner braucht aha also gut wir stehen jetzt mal ein paar krassamen her weil da war ich schon richtig und wenn ihr interesse habt sollen wir jetzt erstmal eine neue waffe dann stellen wir diese komischen gras dinge her wurmfutter heißt glaube ich und wenn ihr noch die eine oder andere frage habt dann sagt mir gescheitern schauen wir uns das ganze an so warum habe ich jetzt hat ich hatte den hier oder zacken klinge dornenranke okay oder war es schon der hier ne das kann auch nur mal rot also hatte ich den hier zacken klinge habe ich aber noch mal einstecken oder soll ich den damit gemacht habe ich die für schenker in irgendeinen bauern oder große dornenranke jetzt habe ich natürlich keine kleine dornenranke muss ich wieder später mal holen wir wollten ja noch was anderes herstellen und zwar die quest beenden dazu stellen wir jetzt so viele wie möglich vier stück warte mal ich möchte gern fünf haben deswegen dann gehe ich noch mal schnell auf die toilette und einsammeln kann natürlich mal passieren dass jemand auf der toilette sitzt und man dann während der sitzt einsammeln kann glaube ich nicht so jetzt kann man ein bisschen fünf herstellen fünf mal wurmfutter herstellen dort so wo bist du da ist er ja kannst du mir bitte ein bisschen wurmfutter herstellen man stellt wurmfutter aus gras haben nach der her oder poste mir den ball aus den zutaten und leg sie an der stelle die ich mit saftigen grünen gras bedecken soll aber lieber weit genug weg von deinen feldern okay also gut ein bisschen weiter weg von meinen feldern wir probieren das jetzt einfach mal hier aus da sieht man schon die umrandung und platzieren was passiert jetzt wilfried jawohl das ist jetzt einfach nur magst du das jetzt mal fertig das war es jetzt oder was oh ja hast gesehen tag wir haben das gras aus dem nichts gemacht haben wir und jetzt kann ich so lange gras machen wie du wurmfutter herstellen kannst wir dürfen schon bald die ganze insel begrünt haben liebe güte hast du das wurmfutter selbst hergestellt wie hast du das gemacht woraus in aller welt hast du das hergestellt was soll das heißen du weißt schon was wenn ich wüsste würde ich nicht fragen höchst beeindruckend die verderbnis wurde beseitigt und es wächst wieder gras auf der erde was so weiter und grünfeld wird im handumdrehen wieder im guten zustand sein ja nicht übel wenn wir hier fertig sind sollten wir das kärchen hier dazu bringen auf dem eiland des erwachens seine magie zu wirken lulu kriegt den anfall ach nichts zu danken leute ich hätte das ohne eure hilfe nie geschafft wenn wir am bald bleiben schaffen wir es vielleicht auch ein paar blümchen zum blühen zu bringen blumen wollte schon immer ein paar blumen sehen ich kenne sie nur aus den geschichten dieser tag kann gar nicht weit genug kommen und damit haben wir die quest von wurmfried abgeschlossen magst du das jetzt dann noch fertig naja cool ok wo wo sagt er wo 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 ach ich finde sie einfach schön ich finde sie einfach schön hier schaut es einfach richtig gut aus so was kann ich euch noch zeigen ok sollte das hier begrünt ja nach und nach mal alles begrünen hier die dornen ranken wenn gegner kommen bleiben die da drin hängen sieht man auch an dem skelett und dann ist das überhaupt kein problem jetzt hole ich mir mal bloß weil da drüben kommen immer keine gegner wohl ich mir mal so eine dornen ranken und stelle mir noch das schwert her okay alt das war doch falsch wir müssen doch zum ambus was fehlt jetzt noch eine ja genau wie übertreibt jetzt brichtete man dazu zwei und zack dann immer halt die noch zur not muss ich die halt jetzt so nach dem video noch mal hin bauen aber das ist eine ganz gute abwehr da bleiben schon endlich von den Gegnern hier hängen, verletzen sich oder kommen gar nicht erst durch. Selten, dass ich welche im Feld habe, die dann irgendwie mein Feld zerstören. Tam, 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 tam. So. Aufräumen, herausnehmen. Also ich muss das... Ah ja, okay. Ausrüsten. Tada. Und jetzt bin ich wieder bestens ausgerüstet für den nächsten Kampf. Jawohl, Freunde. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne bitte auch einen Daumen nach oben da. Ich freue mich, wenn wir uns dann beim nächsten Mal wiedersehen beim nächsten Video. Schreibt doch in den Kommentaren, was ihr gerne sehen möchtet oder nicht wisst. Dann versuche ich das zu beantworten. Danke fürs Zuschauen. Haut rein.